Persönlichkeitsentwicklung für Erwachsene heisst Das Wort Persönlichkeitsentwicklung heisst, sich freizumachen, sich zu lösen von Blockaden, alten Glaubenssätzen, alte Dinge, die einfach belasten, die schwer machen. Und dafür den richtigen Fokus, das richtige Bewusstsein, das verkörpern, was man sein möchte. Den Fokus richtig auslegen. Und ganz wichtig, der Diamant kommt dann zum Vorschein, unser wahres Selbst. Wenn wir alte Dinge, belastende Dinge weglassen, Glaubensmuster, Blockaden, Ängstlichkeit, Sorgen, Unsicherheit, all die Dinge loslassen, zum Beispiel auch Vergangenheit loslassen, so gut wie möglich im Hier und Jetzt, dann sind wir persönlich sehr, sehr weit entwickelt. Und der Diamant kann strahlen, kann sich ausdehnen, kann in Resonanz treten mit anderen Diamanten, die ebenfalls freigelegt sind. Und das macht richtig Spaß. Und genau das wünsche ich dir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.